Lerneinheit 11, Übung 3. Ein Umzug. Vera, Vera, kannst du mal kommen? Der Computer. Wo ist der Computer? Der Computer? Ist der Computer nicht da? Nein, der Computer ist nicht da. Wo ist er denn? Das ist doch... Und das Telefon? Das Telefon? Moment. Ja, das Telefon ist da. Und da ist das Radio. Das Radio ist auch da. Prima! Und was ist das? Ach, die Küchenuhr. Die Küchenuhr ist da! Ja, toll. Und wo ist mein Computer? Ah ja, da sind die Deckel. Aber wo sind die Töpfe? Na prima. Die Deckel sind da, die Töpfe sind nicht da. Töpfe, Deckel. Wo ist mein Computer? Was ist das? Au! Aua! Die Messer. Das sind die Messer. Und die Gabeln. Die Gabeln sind auch da. Die Messer sind da, die Gabeln sind da. Aber wo ist mein Computer? Mama, was machst du? Ich suche das Telefon. Mama, wo ist mein Ball? Mein Ball ist nicht da. Und meine Schuhe. Wo sind meine Schuhe? Mama, mein Ball! Moment, ich suche den Ball. Da ist doch der Ball. Mein Ball! Mama, was suchst du denn? Ich suche das Telefon. Aber meine Schuhe, sie sind weg. Moment, ich suche die Schuhe. Mama, Mama, meine Schuhe sind da. Ja, ja, ja. Deine Schuhe sind da. Ach, da sind meine Schuhe. Super. Kannst du dann das Telefonbuch suchen? Okay, ich suche das Telefonbuch. Wo ist nur das Telefon? Wie ist dein Zimmer denn? Mein Zimmer ist nicht groß. Es hat nur 21 Quadratmeter. Und wie viel Miete bezahlst du? 190 Euro. Das geht ja. Also, meine Wohnung ist sehr teuer, finde ich. Was kostet denn deine Wohnung? 610 Euro. 610 Euro? Das ist auch viel. Und wie groß ist deine Wohnung? Naja, sie hat drei Zimmer. 85 Quadratmeter. Trotzdem, ich finde, das ist ganz... Hast du viel Platz? Es geht. Mein Apartment hat 44 Quadratmeter. Und was bezahlst du dafür? 340 Euro. Ah ja. Also, meine Wohnung ist... Lerneinheit 13, Übung 3. Peter sucht ein Zimmer. Hallo. Moment mal. Ich suche ein Zimmer. Hast du ein Zimmer frei? Ja, das heißt, wir haben ein Zimmer frei. Ich wohne nicht allein. Rudi und ich, wir haben zusammen eine Wohnung. Und da ist ein Zimmer frei. Oh, prima. Ich suche schon lange. Ja? Wo wohnst du denn jetzt? Zurzeit wohne ich noch zu Hause. Meine Eltern sind nett, aber ich möchte mehr Freiheit. Verstehst du? Ja, klar. Was studierst du denn? Mathematik und Biologie. Rudi studiert auch Biologie. Das ist ja fantastisch. Sag mal, was kostet das Zimmer denn? 130 Euro. Okay, das geht. Also, möchtest du das Zimmer haben? Ja, klar. Kann ich morgen mal kommen? Ja, das geht. Morgen ist Rudi auch zu Hause. Prima. Dann komme ich. Sag mal, wie heißt du denn? Wolfgang. Und du? Peter. Lerneinheit 13, Übung 5. Frau Fischer ruft an. Ja, bitte? Fischer hier. Guten Tag. Ist da Rheinländer? Ja, Rheinländer hier. Frau Rheinländer, Sie verkaufen Möbel wegen Wohnungsaufgabe. Ja, richtig. Mein Sohn studiert jetzt und braucht noch Möbel und ein paar Dinge. Was ist denn noch da? Also, der Stuhl, aber... Ach, das ist ja prima. Der Stuhl ist noch da. Dann ist der Schreibtisch auch noch da. Nein, Moment. Er ist schon weg. Schade. Sagen Sie, haben Sie das Bett noch? Ja, es ist noch da. Prima. Und die Matratze? Sie ist schon weg. Na ja, kein Problem. Sagen Sie, was kostet das Bett denn und wie alt ist es? Frau Fischer, mein Mann ist noch nicht da. Er kommt um 18 Uhr. Dann können Sie ihn fragen. Gut, Frau Rheinländer. Dann warte ich bis 18 Uhr. Auf Wiederhören. Ja, auf Wiederhören. Lerneinheit 13, Übung 6. Frau Fischer ruft noch einmal an. Rheinländer hier. Guten Tag, Herr Rheinländer. Fischer ist mein Name. Ah ja, Sie möchten das Bett kaufen. Ja, richtig. Was kostet es denn? 100 Euro. Was? 100 Euro? Das ist aber teuer. Ja, aber es ist sehr bequem. Ja, ja, aber das ist doch viel Geld. Na gut, Sie können es für 80 Euro haben. Gut, 80 Euro. Das geht. Und die Schreibmaschine? Ja, die ist auch noch da. Ist sie denn noch gut? Ja, sie ist alt, aber gut. Sie kostet nur 50 Euro. 50 Euro. Ja, das geht auch. Kann ich heute noch kommen? Ja. Ach, Frau Fischer. Frau Fischer, ich habe da noch einen Kühlschrank. Einen Kühlschrank? Ja, er ist fast neu und kostet nur 150 Euro. Nein, danke. Einen Kühlschrank brauche ich nicht. Und dann ist da noch ein Besteck. Ein Besteck? Ist es denn komplett? Nein, es hat sechs Messer und sechs Gabeln, aber es gibt nur noch drei Löffel. Aber es kostet auch nur 20 Euro. Die Löffel sind also nicht komplett. Dann möchte ich das Besteck nicht kaufen. Also, Herr Rheinländer, kann ich dann heute noch kommen? Ja, gerne. Um 20 Uhr. Geht das? Ja, 20 Uhr ist gut. Und wie ist Ihre Adresse bitte? Wir wohnen Konradstraße 74. Zweites Stockwerk. Gleich links. Lerneinheit 13, Übung 7. Frau Fischer ist da. Ah, guten Abend. Sie sind Frau Fischer. Ja, guten Abend, Herr Rheinländer. So, bitte, kommen Sie. Also, hier ist erst mal die Schreibmaschine. Ach, die Schreibmaschine. Die ist ja schön. Kann ich mal? Ja, bitte. Ach, aber Herr Rheinländer. Hier das Y und hier das X. Die Schreibmaschine funktioniert ja nicht richtig. Was? Ja, hier. Und auch noch das B. Nein, nein, nein. Die Schreibmaschine kaufe ich nicht. Oh. Äh, aber hier ist noch der Stuhl. Er ist sehr bequem. Hier, hier, bitteschön. Aber der ist ja sehr alt. Kann ich mal? Oh, nein, nein, nein. Den Stuhl möchte ich nicht. Aber, aber, Frau Fischer, hier haben wir noch Töpfe. Brauchen Sie vielleicht welche? Sie sind ganz neu. Ja, ja, aber wo sind denn die Deckel? Haben die Töpfe keine Deckel? Äh, nein, Frau, Frau Fischer, Deckel gibt es nicht. Aber die Töpfe sind ganz neu. Nein, nein, das geht nicht. Ich möchte die Töpfe auch nicht. Aber Herr Rheinländer, Sie haben ja ein Klavier hier. Ja, es ist alt und sehr schön. Und es ist nicht kaputt? Ja, das möchte ich haben. Oh, Frau Fischer, das können Sie nicht haben. Es ist schon verkauft. Also, Herr Rheinländer, Ihre Schreibmaschine funktioniert nicht. Ihr Stuhl ist kaputt. Ihre Töpfe haben keinen Deckel. Aber das Bett, da ist doch noch das Bett, Frau Fischer. Nein, danke. Auf Wiedersehen. Kuss, Küsse. Groß, Grüße. Buch, Bücher. Stuhl, Stühle. Strumpf, Strümpfe. Uhr, Uhren. Blume, Blumen. Junge, Jungen. Beruf, Berufe. Schuh, Schuhe. Lerneinheit 14, Übung 2. Wörter mit st. Stuhl. Pflaster. Brauchst. Strumpf. Studieren. Findest. Stadt. Kiste. Kiste. Strasse. Möchtest. Post. Rest. Rest. Kosten. Bist. Kiste. Kiste. Strasse. Lerneinheit 14, Übung 3. Wörter mit sp und st. Die Spinne kaufe ich. Spinnst du? Suchst du die Stiefel? Nein, ich suche die Strümpfe. Studierst du Sprachen? Ja, ich studiere Spanisch. Spielt sie Tennis? Spielt sie Tennis? Ja, das stimmt. Lerneinheit 14, Übung 4. Wörter mit Ü und Y. Sie übt Physik. Er übt für Olympia. Die Physikbücher sind teuer. Frau Fischer schreibt ein X und ein Y. Die Leute hier sind sympathisch. Lerneinheit 14, Übung 5. Sprechen Sie nach und markieren Sie die Betonung. Er hat ein Radio. Einen Fernseher hat er nicht. Sie hat ein Segelboot. Eine Wohnung hat sie nicht. Er braucht ein Motorrad. Möbel braucht er nicht. Sie sucht einen Schreibtisch. Einen Stuhl sucht sie nicht. Lerneinheit 14, Übung 6. Welche Wörter sind betont? Sie braucht keinen Computer. Lerneinheit 14, Übung 6. Aber einen Fotoapparat braucht sie. Aber einen Fotoapparat braucht sie. Er braucht keinen Fernseher. Aber ein Radio braucht er. Sie braucht keinen Fernseher. Sie braucht keinen Geschirrspüler. Aber einen Kühlschrank braucht sie. Lerneinheit 14, Übung 9. Wie findest du… Wie findest du den Stuhl? Meinst du den da? Ja. Der ist schön. Kaufen wir den Stuhl? Ja, den kaufen wir. Lerneinheit 14, Übung 11. Schau mal, da ist… Schau mal, da ist ein Regenschirm. Ich brauche einen. Hast du keinen Regenschirm? Nein, ich habe keinen. Aber den finde ich nicht schön. Hier ist noch einer. Lerneinheit 15, Übung 1. Hören Sie zu und schreiben Sie. Monika ist Studentin und sucht ein Zimmer. Sie braucht auch Möbel. Einen Schrank und einen Schreibtisch hat sie schon. Aber sie hat keinen Teppich. Ihr Bett ist alt und nicht bequem. Deshalb kauft sie eins. Aber es gibt ein Problem. Sie kann nur 100 Euro Miete bezahlen. Monika ist Studentin. und sucht ein Zimmer. Sie braucht auch Möbel. Einen Schrank und einen Schreibtisch, bei diesem wie cryptocurrencies zu sitzen und kann sehr schTu� Divine. Sie ist gemeinnert. bishop 1 und natürlich gelbattern. Aber sie hat keinen Teppich. inexpensive Bigger eins. Hier ein Bett ist riesig. Auf Sie haben keine striktige Kassizze binnen Нетude. aber sie hat keinen Teppich. und nicht bequem. Deshalb kauft sie eins. Aber es gibt ein Problem. Sie kann nur 100 Euro Miete bezahlen. Lerneinheit 15 Übung 4 Hören Sie drei Telefongespräche. Ja, hallo? Hallo, hier ist Jens. Hallo Jens, wo bist du? Ich bin in Rom. Und? Wie ist das Wetter? Naja, das Wetter ist prima. Aber ich habe ein Problem. Mein Auto ist kaputt. Oh je. Das ist ja schlimm. Ja? Hallo, hier ist Klaus. Hallo Klaus. Bist du in London? Ja, ich bin in London. Ist alles okay? Na ja, die Jugendherberge ist toll. Aber ich habe ein Problem. Mein Koffer ist weg. Dein Koffer ist weg? Das ist ja ... Ich bin in Oslo. Ich bin in Oslo. In Oslo. Toll. Wie ist der Campingplatz? Na ja, der Campingplatz ist sehr modern. Aber ich habe ein Problem. Mein Schlafsack ist nass. Oh je. Wirklich? Augenzwinkern. Möbeltrödel. Guten Tag. Ich brauche ein ... Verzeihung. Was brauchen Sie? Ich brauche ein ... Brauchen Sie vielleicht einen Tisch? Nein, danke. Ich brauche keinen Tisch. Ich brauche ein ... Ah, einen Stuhl. Brauchen Sie einen Stuhl? Nein, ich brauche keinen Stuhl. Ich möchte ein ... Möchten Sie ein Bett kaufen? Nein, nein. Ich ... Ich brauche kein Bett. Ich suche ein ... Tee! Suchen Sie eine Lampe? Nein, ich brauche auch keine Lampe. Ich ... Ich brauche ein ... Tee! Brauchen Sie ein Taschentuch? Nein, danke. Ich ... Ich brauche Luft. Auf Wieder ... Tee! Lerneinheit 16 Übung 2 Wollen und Sollen Gute Nacht, Mama. Gute Nacht, Schatz. Moment. Und deine Zähne? Ach nee, ich bin schon so müde. Nein, das geht nicht. Zähneputzen ist sehr wichtig. Ich putze morgen meine Zähne. Nein, jetzt doch. Immer das Theater. Omenu! Oh, das ist aber nicht schön. Was denn, Oma? Na, deine Schuhe. Meine Schuhe? Die sind doch nur ein bisschen schmutzig. Nein, die sind sehr schmutzig. Und was macht man da? Man putzt sie. Soll ich die Schuhe jetzt putzen? Ja, bitte. Tschüss, Papa. Ich geh jetzt. Moment, warte noch. Deine Brille ist ja ganz schmutzig. Das macht doch nix. Tschüss, Papa. Nein, erst Brille putzen. Ey, ätzend! Immer soll ich die Brille putzen. Das geht doch ganz schnell. Mama, wo ist das Telefon? Ich finde das Telefon nicht. Willst du jetzt telefonieren? Ja, ich will mit Claudia telefonieren. In Ordnung, aber erst Klavier üben. Nein, nicht schon wieder Klavier üben. Doch, erst Klavier und dann Telefon. Och, Mama. Halt mal, wohin gehst du? Hast du keine Hausaufgaben? Doch, aber ich will erst ein bisschen Tennis spielen. Und wann machst du deine Hausaufgaben? Die mache ich später. Nein, nein, immer zuerst die Hausaufgaben. Okay, okay. Okay, okay. Was, du lernst nicht Englisch? Nein, ich will lieber ein bisschen im Internet surfen. Und der Test in Englisch morgen? Kein Problem. Doch, doch. Jetzt lernst du erst Englisch. Ich will aber lieber... Nein, nein, kein Computer jetzt. Erst lernst du Englisch. Na gut. Gut. Lerneinheit 17 Übung 2 Filmszene Vera, Kurt, los. Wir haben nicht viel Zeit heute. Also, heute haben wir fünf Szenen. Das muss alles schnell gehen. Seid ihr fertig? Ja? Dann los. Vera wäscht ihre Hände. Ja, gut so. Und Kurt isst einen Apfel. Wo ist denn der Apfel? Haben wir keinen Apfel? Na endlich. Ja, okay, Kurt. Vera sagt etwas, aber ganz leise. Also, Vera spricht sehr leise. Okay. Das ist nicht schlecht. Ja, ja. Aber einmal die Szene noch. Bist du fertig, Kurt? Nein, du stehst hier. Ja, genau. Also, Kurt ist allein. Kurt sucht etwas. Ja, das ist gut so. Dann findet Kurt einen Brief. Nein, nicht so schnell. Warte. Das machen wir noch einmal. Die Szene noch einmal. Alles okay, Vera? Ja? Gut. Also. Vera betritt ein Hotelzimmer. Sie weint. Ja. Sehr schön, Vera. Die Szene ist gut. Seid ihr soweit? Wo ist der Revolver? Kurt braucht einen Revolver. Schnell, wir haben keine Zeit. Okay. Also. Kurt kommt. Ja. Vera sieht Kurt nicht. Vera bemalt einen Spiegel. Moment. Nein, so geht das nicht. Noch einmal. Ja. Kurt schießt. Ja. Der Spiegel zerbricht. Ja, das ist gut so. Was meint ihr? Vera, ja, wir sind alle müde. Wir sind bald fertig, ja? Jetzt. Vera trägt einen Koffer. Sie geht. Das Taxi kommt. Okay. Vera sagt. Zum Flughafen bitte. Nein. Nicht so leise. Zum Flughafen bitte. Ja. Okay. Das ist okay. Jetzt können wir. Lerneinheit 17 Übung 6 Hören Sie den Text. Ich möchte nichts mehr sollen müssen. Du sollst den Rasen nicht betreten und am Abend sollst du beten. Vitamine sollst du essen und Termine nicht vergessen. Wir sollen nicht beim Spiel betrügen und wir sollen auch nie lügen. Wir sollen täglich Zähne putzen und die Kleidung nicht beschmutzen. Kinder sollen leise sprechen. Spiegel darf man nicht zerbrechen. Sonntags trägt man einen Hut. Zigaretten sind nicht gut. Ich möchte alle Sterne kennen. Meinen Hund mal Katze nennen. Nie mehr will ich Strümpfe waschen. Tausend Bonbons will ich naschen. Ich will keine Steuern zahlen. Alle Wände bunt bemalen. Ohne Schuhe will ich gehen. Ich will nie mehr Tränen sehen. Ich möchte nichts mehr sollen müssen. Ich möchte einen Tiger küssen. Ich möchte alles dürfen wollen. Alles können. Nichts mehr sollen. Lerneinheit 18 Übung 1 Die Schüler und der Lehrer haben ein Problem. Endlich Pause. Wo ist das warm hier? Ich mache mal das Fenster auf. Susanne, was machst du da? Es ist kalt. Kannst du bitte das Fenster zumachen? Was? Es ist doch nicht kalt. Es ist warm. Du sollst das Fenster zumachen. Nein, ich mache das Fenster nicht zu. Dann mache ich das Fenster zu. Du spinnst wohl. Was ist denn los? Susanne und Erik, was macht ihr da? Auch nichts. Also gut. Die Pause ist zu Ende. Aber es ist sehr warm hier. Erik, kannst du bitte mal das Fenster aufmachen? Ja, Herr Schmidt. Hihi, Erik muss das Fenster aufmachen. Was ist los? Was ist denn los hier? Ruhe! Lerneinheit 18, Übung 2. Gerda und Peter haben ein Problem. Peter! Peter! Ja? Was ist denn, Gerda? Das Licht. Ich kann nicht schlafen. Hm. Ja, ja. Ich möchte schlafen. Ich bin müde. Ja, gut. Gute Nacht. Kannst du bitte das Licht ausmachen? Gleich. Musst du jetzt noch lesen. Ja, ja. Gute Nacht. Ja, aber ich kann nicht schlafen. Du sollst das Licht ausmachen. Hm. So. Jetzt mache ich das Licht aus. Gute Nacht. Hey, was ist denn? Gerda! Was soll das? Lerneinheit 18, Übung 3. Ingrid und Georg haben ein Problem. Kannst du bitte den Fernseher einschalten? Warum denn? Da kommt jetzt ein Film. Den möchte ich sehen. Kannst du bitte den Fernseher einschalten? Nein. Ich schalte den Fernseher jetzt nicht ein. Ich will in Ruhe essen. Dann schalte ich ihn ein. Ich will den Film sehen. Und ich schalte den Fernseher aus. Man muss doch mal in Ruhe essen können. Kann doch wohl nicht wahr sein. komm dich betrofen. Überraschen! Nein, ich stehe nicht auf. Du stehst nicht auf? Aber Emil... Nein, heute nicht. Aber die Arbeit, Emil. Du musst doch arbeiten. Nein, heute nicht. Heute kann ich schlafen. Was? Warum? Warum kannst du heute schlafen? Was ist denn los? Ich habe Urlaub, Mutter. Urlaub. Ich muss heute nicht arbeiten. Urlaub? Ach ja, du hast ja Urlaub. Kann ich jetzt bitte weiterschlafen? Ja, ja, du kannst weiterschlafen. Du hast ja Urlaub. Vielen Dank, Mutter. Lerneinheit 18, Übung 7 Babysitter Köster? Hallo, Bernd. Hier ist Maria. Na, mein lieber Bruder, wie geht's? Na ja. Was ist los? Du, ich brauche heute Abend einen Babysitter. Hast du Zeit? Heute? Nö, du. Ich habe keine Lust. Wirklich nicht. Außerdem bin ich müde. So, mein Bruder Bernd hat keine Lust und ist müde. Ja, so ist das, liebe Schwester. Tut mir leid. Tschüss. Hallo? Hallo, Sigrid. Hier ist Maria. Wie geht's? Danke. Gut. Du, Sigrid, heute Abend brauche ich einen Babysitter. Oh, kein Problem. Ich habe Zeit. Schön. Und was sagen deine Eltern? Moment, ich frag mal. Du, Maria, Mama sagt, ich darf nicht. Ich muss noch Klavier üben. Tut mir echt leid. Tja, da kann man nichts machen. Dann tschüss. Tschüss, Maria. Steinmann? Du, Mama. Hier ist Maria. Wir haben da ein Problem. Was? Ihr habt ein Problem? Ja, wir brauchen heute Abend einen Babysitter. Ach, ihr braucht einen Babysitter. Heute Abend, aber... Kommst du, Mama? Tut mir leid, aber das geht leider nicht. Heute Abend wirklich nicht. Sonst gern. Aber heute habe ich Besuch. Meine Freundin ist da. Ach. Ja, tut mir leid. Schade. Na ja, dann geht's nicht. Tschüss, Mama. Tschüss, mein Kind. Lerneinheit 18, Übung 8. Im Auto. Warum fährst du denn so langsam? Langsam? Ich fahre 80. Ja, aber du hast doch einen Porsche. Der kann doch ganz schnell fahren. Ja, das stimmt. Mein Porsche kann sehr schnell fahren. Wie schnell kann dein Porsche fahren? Kann dein Porsche 200 fahren? Ja, mein Porsche kann 200 fahren. Und warum fährst du dann so langsam? Ich darf nur 80 fahren. Hier ist ein Tempolimit. Da darf man nur 80 fahren. Du darfst nur 80 fahren? Pass auf. Ich fahre jetzt mal ganz schnell. Au ja! Toll! Au ja! 130! Du fährst 130! Toll! So schnell! So ein Mist! Was ist los? Was machst du? Da ist ein Polizeiauto. Hier darf man doch nur 80 fahren. So ein Mist! Fährst du jetzt wieder langsam? Guten Tag, Frau Lausen! Ach, guten Tag, Frau Wolf! Tja, wer bist du denn? Das ist mein Sohn Florian. So, du bist der Florian. Guten Tag, Florian! Guten Tag! Guten Tag! Guten Tag! Kannst du guten Tag sagen? Oh, Papa! Florian, bitte! Und was hast du denn da, Florian? Ist das dein Teddy? Ist das dein Teddy, Florian? Nein! Kann er nicht sprechen? Doch, doch, er kann sprechen. Oder kannst du nicht sprechen? Florian, kannst du nicht guten Tag sagen? So, so. Der Florian will also nicht sprechen. Willst du heute nicht sprechen? Na, Florian. Warum will er nicht sprechen? Ich weiß es nicht. Es tut mir leid, Frau Wolf. Na ja, das macht ja nichts. Kinder sind eben Kinder. Auf Wiedersehen, Frau Larsen. Auf Wiedersehen, Frau Wolf. So. Und was soll das, Florian? Kannst du nicht sprechen? Kannst du nicht guten Tag sagen? Guten Tag, guten Tag, guten Tag, guten Tag, Florian. Kann sprechen. Mein Teddy, schau, wie der ausschaut. Ist ja nicht süß, ne? Und zu Hause, da habe ich ein ganz, ganz großes... Lerneinheit 19, Übung 1. Hören Sie und sprechen Sie nach. Tauchen Der Delfin taucht. Weiter tauchen Er taucht weiter Auftauchen Er taucht auf Eintauchen Er taucht ein Schlafen Die Katze schläft Weiterschlafen Sie schläft weiter Aufwachen Sie wacht auf Aufstehen Sie steht auf Sprechen Der Papagei spricht Nachsprechen Er spricht das Wort nach Nachsprechen Er spricht weiter Weitersprechen Er spricht weiter Lerneinheit 19, Übung 5 Sie liest, ihr lest Sie sieht fern Sie sieht fern Sie ist Sie vergessen Lerneinheit 19, Übung 6 Sie betritt den Rasen Lerneinheit 19, Übung 6 Schlaft ihr nicht? Schlaft ihr nicht? Schläfst du nicht? Nein, ich schlafe nicht Liest du? Nein, ich lese nicht Isst du? Nein, ich esse nicht Sprichst du Spanisch? Nein, ich spreche Italienisch Naschst du? Nein, ich nasche nicht Schlaft ihr nicht? Nein, wir schlafen nicht Lest ihr? Nein, wir lesen nicht Esst ihr? Nein, wir essen nicht Sprecht ihr zusammen? Ja, wir sprechen zusammen Das ist Jochen Er möchte kochen Er braucht ein Buch Er sucht ein Taschentuch Er sucht ein Taschentuch Was braucht er noch? Er braucht einen Topf Jochen, du brauchst Licht Siehst du die Schlange nicht? Lerneinheit 19, Übung 8 Wollen wir zusammen lernen? Gespräch 1 Wollen wir zusammen lernen? Hast du Lust? Ja, gute Idee Wann hast du Zeit? Morgen Morgen Geht das? Tut mir leid Morgen kann ich nicht Und übermorgen? Ja, das geht Übermorgen habe ich Zeit Gespräch 2 Können wir mal wieder zusammen Tennis spielen? Ja, warum nicht? Prima Prima Haben Sie am Sonntag Zeit? Ja, am Sonntag kann ich Ich Sehr gut Passt Ihnen 10 Uhr? Ja, einverstanden Also dann bis Sonntag Bis dann Lerneinheit 20, Übung 1 Lerneinheit 20, Übung 1 und putzt ihre Zähne Dann geht sie und macht leise die Tür zu Um 8 Uhr fährt ihr Bus Am Sonntag muss Frau Noll um 7 Uhr aufstehen Punkt Sie macht das Licht an Punkt Sie macht das Licht an Die Kinder schlafen auch noch Punkt Sie isst einen Apfel und putzt ihre Zähne Punkt Dann geht sie und macht leise die Tür zu Punkt Um 8 Uhr fährt ihr Bus Punkt Augenzwinkern Angeln verboten Halt Können Sie nicht lesen? Angeln ist hier verboten Ich weiß Wer angelt denn? Na Sie! Sie wollen doch angeln, oder nicht? Ja, ich will angeln Ist Angeln wollen auch verboten? Machen Sie keine Witze, Sie dürfen hier nicht angeln Ich weiß Ich weiß Ich angle ja auch nicht Also wollen Sie gar nicht angeln? Doch Ich will schon angeln, aber ich darf ja nicht Also angle ich nicht und will nur angeln Angeln und angeln wollen, da ist doch kein Unterschied Doch Da ist ein Unterschied Angeln ist angeln und angeln wollen ist angeln wollen Das ist doch Ganz einfach Ich angle nicht, ich will angeln Das ist auch verboten Das ist auch verboten Dann müssen Sie ein Schild schreiben Angeln wollen verboten Sie machen mich verrückt Möchten Sie nicht auch ein bisschen angeln wollen? Das ist gut für die Nerven Einmal Werden Möchten Held Möchten Wir haben Möchten Wir haben 是的 Untertitelung. BR 2018